Es ist das Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite Rot-Weiß Essen, der Aufsteiger mit nur einem Sieg aus den ersten 8 Spielen. Und auf der anderen Seite Saarbrücken, das noch kein einziges Spiel verloren hat diese Saison. 16.000 Fans an der Hafenstraße in Essen. Heißt es Mission zweiter Saisonsieg. Der erste gelang ja auch unter Flutlicht, und zwar gegen Aue. Die erste Aktion aber hat Saarbrücken. Der Abschlag von Golls kommt postwendend zurück. Es ist der erste Aktion. Es ist der erste Aktion. Es ist der erste Aktion. Tobias Jenecke ist das wohl. Selbst überrascht, dass er hier den Ball erlaufen konnte. Trifft die Kugel nicht optimal. Rios Alonso, der Innenverteidiger, kann letztendlich klären. Uwe Kuschenath, Saarbrückens Coach, sieht ein Spiel. Zu großen Teilen zwischen den Strafräumen. Und dann ist es Götze. Vorname Felix, jüngerer Bruder von Mario. Bastian, heute Essener Kapitän. Kevkir auf Ennerly. Die beste Chance bis dahin durch Laurenz. Ennerly hat eigentlich den Raum. Und die Zeit ärgert sich hier. Verzieht dann aber. Das hätte die Führung für RWE eigentlich sein müssen. Das nächste Offensiv, Lebenszeichen der Gäste aus dem Saarland. Ecke Neudecker. Bringt den Ball auf Grimaldi. Der Routinier Richtung zweiter Pfosten. Franz kommt einen Schritt zu spät. Grimaldi mit der Vorarbeit hat sich in Absprache mit Cochinath nach seiner muskulären Blessur aus dem Bayreuth-Spiel selbst aufgestellt. Franz. Der FCS-Captain einen halben Schritt zu spät. Drei Minuten später. Wieder Franz verdattelt den Ball in der eigenen Hälfte. Felix Götze übernimmt. Götze wird nicht angegriffen. Das 1 zu 0 für Rot-Weiß Essen. Das 1 zu 0 für den Aufsteiger Saarbrücken. Sein erster Treffer im dritten Einsatz für die Essener. Genau dafür haben sie ihn hier an der Hafenstraße vom FC Augsburg ausgeliehen. Dann kurz vor der Pause. Essen weiter im Vorwärtsgang. Kefkir auf der linken Seite. Prüft Batz im Saarbrücker Kasten. Essen deutlich engagierter. 1 zu 0 der Halbzeitstand. Verdiente Führung für den Aufsteiger. Saarbrücken zum 1. Mal in dieser Saison. Im Rückstand. In Hälfte 2 passiert eine Viertelstunde lang wenig. Dann ist es Götze, der im Mittelpunkt steht. Kerber klärt. Okay, ein bisschen rustikal. Götze nimmt es aber zum Anlass, den Saarbrücker in die Werbebande zu checken. Und bekommt für die Revanche die gelbe Karte völlig zurecht. Saarbrücken danach wie eine Spitzenmannschaft der 3. Liga. Auf den Ausgleich spielend. Das Spiel läuft weiter. Neudecker schnappt sich mal den Ball. Startet durch Richtung Grundlinie. Seine Flanke wird zur Bogenlampe. Golds muss sich da ganz schön strecken. Und verhindert den Ausgleich. Das Spiel läuft weiter. Die Gäste in Ballbesitz. Dieses Mal über die rechte Seite. Dann ist es Uaferro. Sebastian Jakob per Kopf. Und dann springt der Ball wie im Flipperautomat zu Kuni. Kuni hebt den Ball. Aber drüber Marvin Kuni. Zuvor für Grimaldi eingewechselt. Denn Grimaldis Muskelblessur war wieder aufgebrochen. 66 Minuten gespielt. Saarbrücken startet dann eine fast 20-minütige Schlussoffensive. Drängt auf den Ausgleich. Das wäre natürlich eine Sache. Würden die Gäste hier als Verlierer vom Platz gehen. Flanke von Scheu. Sebastian Jakob Golds ist da. Und leckt den Ball zur Seite. Riesenrettungstart von Jakob Golds. Hallo Papa Richard. Ich kann es genauso gut wie du. Es spielt im Anschluss nur noch der 1. FC Saarbrücken. Nächste Möglichkeit. Tolle Kombination. Julius Biada vorbei an Golds. Rios Alonso ist da. Und Herzenbruch klärt schließlich zur Ecke die Saarbrücker. Sie verzweifeln. Dann läuft schon die 4. Minute der Nachspielzeit. Neudecker mit dem Freistoß findet Batz den Schlussmann der Saarbrücker. Aber auch der schafft es nicht, das Leder in die Maschen zu setzen. Die Sensation am 9. Spieltag der 3. Liga nimmt Form an. Denn kurz danach ist Schluss im Stadion an der Hafenstraße. Rot-Weiß Essen gewinnt mit 1 zu 0 gegen Saarbrücken. Verbessert sich durch den 2. Saisonsieg auf Rang 15 in der Tabelle. Und macht die Fans der Rot-Weißen dank eines Geniestreichs von Felix Götze glücklich. Saarbrücken kassiert die 1. Saison-Niederlage. Bleibt aber mit 16 Punkten auf Tabellenrang 4. Untertitelung. Untertitelung.